Das virtuelle Institut Lichttechnik vereint die Expertise der verschiedenen Hochschulstandorte von Hamm-Lippstadt und der Fachhochschule Südwestfalen. Ziel ist es, dieses virtuellen Instituts Lichttechnik der Ansprechpartner für die regionale Licht- und Beleuchtungsindustrie zu werden, perspektivisch natürlich auch gerne über die Region hinaus. Die Fachhochschule Südwestfalen hat in Bezug auf die Lichttechnik die Schwerpunkte Entwicklung neuer Materialien für die Lichtkonversion und auch stationäre Lichtanwendungen für Innen- und Außenanwendungen. Die Hochschule Hamm-Lippstadt legt ihren Fokus mehr auf automobile Lichtanwendungen. Packt man beide zusammen, so bekommt man ein breit gefächertes Spektrum und das ist natürlich eine sehr attraktive Geschichte. Dadurch, dass in dem virtuellen Institut Lichttechnik eine geballte Kompetenz letztendlich vorhanden ist auf dem Gebiet der Lichttechnik, kommen natürlich zwangsläufig auch viele neue Ideen zustande. All diese Ideen wollen wir natürlich hier in dem Institut umsetzen und ich glaube, das wird eine spannende und aufregende Geschichte.